Wir sind gebietlos. Vielen herzlichen Dank am Bastion Dommer! Auch nicht mehr für Grünweiss auflaufen wird und auch ihn mit einem grossen Applaus verabschieden. Alexandre Jürgenwitz! Applaus Und das nächste designierte Leibli steht schon bereit für den nächsten Spieler, den Christopher Lungoi! Applaus Dann geht der Weg auch weiter für den nächsten Spieler, den wir verabschieden. Wir sind Salifu Dirasuba! Applaus Und dann kommen wir zum letzten Spieler, das uns verliert und zwar der Logan Clément! Applaus Und jetzt fehlt natürlich die Vollkonzentration für das nächste Rheinspiel. Die FC St.Galler 1897 gegen FC Lausanne 2. Rupp St.Galler! Applaus Und dann kommen wir zum nächsten Mal! 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 Und dann kommen wir zum nächsten Mal!